Gegen 7 Uhr am Freitagmorgen erhielt die Polizei in Reichenbach eine Meldung über einen Brand. In der Oststraße stand im zweiten Geschoss eine Wohnung in Flammen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten den Brand schnell im Griff. Die Mieterin der Wohnung war eine Mutter mit ihren zwei Kindern. Sie alle wurden vorsorglicherweise mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. In der Wohnung entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.